Ganz kleines Babylein. Siehst du, der Ari ignoriert, dass er kommt. Ari, was hast du denn zu dem Baby? Fein macht das der Ari ganz klasse. Ganz lieber Ari bist du, ne? Das kleine Baby da. Wo ist das kleine Baby? Guck hier. Guck, du musst fein lieb sein, ne? Das macht der Ari ganz fein. Ganz lieber. Das macht es immer noch. Das ist ein ganz lieber Baby, ne? Willst du mal so ein Fischer tun? Fein. Ja. Ach, ihr müsst auch Fläschlein kriegen. Auch Flasche? Fein. Ist alles in Ordnung? Was ist denn los? Komm mal her. Warte. Da guckt der ganz betrüppelt. Ach, der haut aber schlimm. Was? Guck mal. So. Leider krieg ich das auch nicht, dass es noch zu heißer macht. Achso. Ich habe mir versucht, sich ein größeres Loch reinzustechen, oder? Ich weiß nicht, ist das noch zu heiß? Wird's los? Mal deine Hand. Ich mag gar nicht. Ich mag gar nicht. Es ist nicht zu heiß. Das geht eben nicht mit dem Ding. Ich muss es auch mit der Pipette machen. Mal bedrängst du mich hier mal nicht so mit dem Scheiß. Ich weiß nicht, ich lege die jetzt mal anders hin. Ich mache das nämlich immer so. Jetzt gefällt er aber eben nicht mehr so. Da fährt die sich immer. Und dann mache ich immer ihre Pfoten hier davor. Lecker. Schlau. cupe. Das ist nicht mehr. Schlau. Schlau. Also schlau. 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 Du stießt viel, viel Teele als gestern, ne? Keine Blödsinn. Siehst du das? Das hat die heute schon dreimal so gemacht. Ich möchte den Milchstritten machen. Ich möchte den Milchstritten machen. Das ist cool, ne? Schade, dass mit der Flasche nicht klappt, ich habe das dann auch mal, wenn die dann so lag und schon getrunken habe, ich habe dann nochmal den Nuppi genommen, aber das ist schwer, was rauskommt. Ich habe das aber schon größer gestochen. Meine Aura, siehst du wie das loslegt, das war nicht so vorgestochen, bis seitdem ich mit der anderen Flasche geht es gar nicht, das ist viel zu groß. Ja, das ist ja ein Ziegen. Dann musst du das dann aber mit dem Bauch streichen. Ich drehe das dann immer um, tue den Bauch streichen und dann nehme ich es auf die Hand, dann lasse ich es nochmal pullern. Also jetzt hat es ja gerade gepullert, ich weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal mache. Gibt er das an. Ja, das macht er manchmal Pause und dann sucht es weiter. Woher hat er die Flasche? Woher hat er die Flasche? Das gibt es im Zoohofgeschäft. Das gibt es im Zoohofgeschäft. Wo ganz kleiner? Ja, die hatte erst zu dem Welpenfutter war noch eine andere dazu, die hat aber zu großen Nuckel, das geht nicht. Und was habt ihr überhaupt hier? Ey, ihr hattet gestern Nacht 15 Milliliter getrunken. Ja. Nicht, dass ich die anderen nicht überholt hätte. Ja, eben, klar. Das erste Dorte Saison hat der Herr Müller geschossen. Gleich nach acht Minuten war das ein Quätschchen. Das war da. Nicht schön. Doch, das hört noch nicht so, Marc. Seid ihr auch noch zu? Ach noch? Es hat heute erst die Augen aufgemacht, heute Nacht. Weder der Darm, noch was zu verfreut. Oh, so was niedliches. Nein. Ein richtiges Baby, ja. Und ganz klein. Nein. Da hätte ich Angst, dass was passiert. Nein. Also ich hätte nur Angst. Das wäre auch nicht. Nein. Ich habe wieder mit sabor Alten, das Frage. Auf warum es dir'feeding wird sch subdieren? ая Arbeit. Eins dennbarliki. N fille, du rah Sen. Ich mache es dir'n. Ich mache es ihnen här happen. Und deswegen nehme ich ja. Ich mache die ersten Ab�änen von einer der St!!!! Wếじゃあ abs hecke. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die ist aber schon dunkel geworden, die Nase. Die warst mehr aus. Auch das Braune ist mehr durchgekommen am Rücken. Heute früher hat das eine ganze Flasche weggetroffen. Und ließen tut es uns schnell so. Am 16 Tage öffnet sich die Ohren. Das sieht bestimmt nicht mehr aus. Na klar. Du guckst nicht auf. Geht es los. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt aus der Flasche trinkt. Schau mal vor, mit der Pipette noch. Das schaffst du ja gar nicht. Es passen ja nur drei Milliliter rein. Hier muss ich doch jetzt trinken. Jetzt muss ich doch bestimmt mehr. Normalerweise steht auf der Packung drauf. Ab zwei Wochen ist es glaube ich 30 bis 50 Milliliter. Das ist ja okay, wenn es eine ganze Flasche trinkt. Am Tag oder auf einmal? Ne, einmal. Und dann aber nur noch fünfmal. Ach, und das fünfmal dann. Schnell, schnell das schon. Schnell, schnell das schon. Zeig mal den Ball. Zeig mal den Ball. Noch mal alle? 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 Pass auf. Alle? Das reicht jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.